moin moin leute hier sind wir wieder bei dem fifa gameplay hd und wie ihr seht wir haben 581 und wir haben immer noch mit viele trikots und ein heimtrikot das kann ein bisschen mehr geben aber ich habe es ja so fortkoppeln wird schon mit geht und dann haben wir insgesamt mehr wie 1000 allein die hier sind schon 1200 ungefähr ich rechne jetzt nicht um jede münze nach dann haben wir 1000 ungefähr 2000 also 1800 werden wir am ende haben und dann geht es los also in der ersten folge haben wir 500 münchen startgeld gehabt die haben wir jetzt ausgegeben für ein paar trikots und da ich jetzt 500 habe wird das hier noch so ein kleines hier wie heißt spec opening und dann fangen wir an Bronze Wetschnehmer natürlich das weil wir kein Geld haben aber trotzdem das 400er Set da kann man gut mitverdienen und öffnen ja guck mal hier die Vorspann an die man überspringen kann so und dieses mal sind wir mit neuen Intro dabei mit zwei Spielerverträge okay nicht so besonders hier also haben zwei Spielerverträge und das ist ja schon keine Ahnung ich wollte eigentlich was über mein Intro erzählen aber scheiß drauf also Entschuldigung das Intro das ähm also das Intro ist jetzt anders denn ich versuche jetzt jede Folge das gleiche Intro wie jetzt zu bekommen nur dass da am Ende nicht steht Folge 4 oder Folge nicht dass da bei jedem Intro Folge 4 steht sondern für jedes Video und anderes das gleiche Intro nur mit Folge 5 am Ende also das können wir mal verkaufen also ihr seht jetzt wie man hier Geld macht mit dem Monsterpack Facebook nachricht so schnell Auktion starten einfach bei 150 lassen hier die Fitnesssachen die gehen schon hoch die Mannschaft Fitness auf jeden Fall also die erstmal hier die Sachen verkaufen gehen auch für 150 also werden jetzt schon drei Sachen für 150 drin die Team Fitness geht bestimmt noch höher also das wird schon so dann hier Welch jetzt gleich auch fertig hier und den Rest hier ja das nehmen wir mal aktivieren was das jetzt in einer Option vielleicht gibt es ja was also dann hast du ungefähr 1000 Weichschuh also dann hast du ungefähr 1000 Weichschuh so das kann man abstoßen äh 3 Münzen das ist ja echt echt das war's auch wieder bitte kommentieren, abonnieren und bewerten abonnieren vor allem kommentieren und bewerten abonnieren natürlich auch aber so Münzen 181 aber den Tauschstapel schon etwas voller und das heißt wir haben dann so 2-3.000 Münzen und das war's kommentieren, abonnieren, bewerten und bitte mein Intro auch einzeln bewerten in den Kommentaren und guckt euch noch meine ersten, zweiten und dritten Video an und viel Spaß